ja hallo und willkommen zurück zu silent hill downpour dem wahnsinn der weitergehen und ja wir haben alles in die wachschale geworfen und wir gehen uns jetzt oh menschlich meist ja schon ja alter bist du echt zu tun lässt er sich noch treffen was sagt denn jetzt der schmeißt doch was das für ein arsch ey komm komm was soll das ich hab's eilig ich muss dem die Dings rausziehen na alter alter manchmal ja immer nehmt ihr zeit mit dem Fahrstuhl ist ja logisch hab ja nichts hab ja nichts ja immer nehmt ihr zeit mit dem Fahrstuhl ist ja logisch nix 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 zu eilen die Sau nix nix Meine Spendel, das bist du mir so angehört. Ich hab hier Stress. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Na, das ist gut. Alter, wieso hab ich hier nichts? Wieso? So ein Pfeifenkorb. Wieso hab ich hier nichts aufgehoben, aber auch gar nichts? Mann! Jetzt hebe endlich was auf, mach was! Du nichts! Ey, das regt mich! Uff! Und sowas von! Ob Axt oder das, das ist egal. Ja, klar, natürlich. Aber die A ist super. Zubi, das war jetzt wirklich. Du sprach, ja. Du sprach, ja. Du sprach, ja. Was sagt er? Mensch, du sollst drauf schießen, du Pfeifenkopf! Du sprach, ja. Ich bin jetzt das Auto. Oh, echt jetzt! Was ist los? Was ist los? Ein Stuhl. Auch nichts. Du blöder Affenzirkus! Pendeln! Du blöder Affenzirkus! 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 Auf jeden Fall! Du blöder Affenzirkus! Du blöder Affenzirkus! Oh Mann, es ist ein Monster! Nein... Nein, das ist nicht so, wie es sein soll. Das ist nicht das, was ich zu sagen. Murphy? Ist das du? Officer Coleridge? Gee, ich bin glücklich, dass es du. Das Ding ist schützend. Ich wusste, dass du wunderschön würdest. Was machst du hier? Seul sagte, dass ich ihn hier zu treffen. Du hast ihn nicht gesehen, hast du? Er ist nicht auf seine Radio. Du bist okay, Murph? Du bist nicht so gut. Was hast du da? Was ist das, Murphie? Ich wusste, Murphie. Das ist nicht das, was ich versuchte. Was hast du gesagt? Versuchte was? Sag ihn, Murph. Was passiert hier, Seul? Warum hast du nicht auf die Radio gestellt gestellt? Du solltest lernen, zu halten, Frank. Jetzt mein Freund, Murphie, wird es für dich verletzt. Murphie... Das ist nicht so gut. Mach das. Kommt, Murphie. Wann er vermehrt, oder? Mach es! Das ist ein Bruder! Mach es! Du bist ein Bruder! kein Bruder! No! Ihr wisst, er war ein großartiger Mann, mein Vater. Es war nicht egal, wer du war. Familie, Freunde, sogar prisoners. Er hat alle mit Respekt behandelt. Er war immer für die positive Seite der Menschen. Ich wollte ihn einfach wie er. Du wirst nicht verstehen. Ihr Vater hat mich wie einer seiner eigenen. Er hat nicht sterben, du wißt du. Nachdem du ihn verletzt hast, er hat er. Er hat lange in der wheelchair. Ein fucking Vegetable. Wissen Sie das? Und ich musste das sehen. Dieser wunderbar Mann. Shit und Piss all über ihn sich. Day, after day, after day. Und every time I looked at him you know what I saw? Listen to me. I saw a monster. I saw you. Just calm down a minute and let me tell you what really happened. You don't know how many strings I had to pull to get your transfer approved, to get you to my prison. The favors I had to call in. The sick things I had to do to get you under my watch. You don't have to do this. Leute, ich geh zurück. Das ist das eigene Gespenst, wenn ich glaube, ich sterbe. Ja, du darfst mich töten. Wenn sie so glaubt, dann machen wir das das erste Mal so, weil es geht nicht hier. Und das erste, was ich jetzt tue, ist mich selbst opfern und sterben. Das mag jetzt eine Weile dauern, aber ihr seht auch, ich verspreche es. Ja, das kann ich euch nicht sagen, aber es sieht langsam so aus, als wenn es so blau leuchtet. Also, sind wir hier. Wir haben uns gleich geopfert. Ich tue ihr gar nicht. Ich glaube, die Tür ist auch zugekommen. Sorry nochmal für den Affen. Ja, es dürfte gleich soweit sein. Ganz schön aufpressen. Ich bin mir sicher, dass ich sterbe. Sie muss es tun. Ja, ich bezahle doch schon, was ich getan habe. Also, im Allgemeinen, wie man einstecken kann in dem Spiel. Der, du verdammter Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un-Un. Ja, das dauert nicht so lange, das dauert nicht so lange. Sie holt ja jetzt noch die Monster raus. Ich bin jetzt ein bisschen, auch ein bisschen von der Runde. Wie weit ist das? Wie weit ist das? Wie weit ist das? Wie weit ist das so lange? Wie weit ist das? 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 Ich bin jetzt hier. Wie weit ist das? Das ist die Aufmerksamkeit. Das ist immer wie stark, stark, stark. Na, jetzt geht's auch nicht. Es kommen noch welche, die wirklich böse sind und noch im Ziel rennen. Oder ist das erst zum... Ach, das war ja krass. Ich wusste ja nicht, dass es gut ist. Oh, jetzt bin ich am Ende. Ach, das macht mal ein Beschluss hier. Ich kann ja nicht das hier machen. Oh, ich kann ja nicht das hier machen. Oh, du machst noch was aus. Was ist das? Stay back, dammit! On the end, please? Was ist das? 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 Ich glaube, heute ist der große Zeit, oder? Ich weiß, dass ich die Wahrheit bin. Ich weiß nicht, dass ich mich zu sehen. Hier geht's. Hier geht's. Prisoner secure. Open 302B. Transfer. Bis zum nächsten Mal.